Ich hab ne neum Vermögen gekauft. Da lachen ja die Hühner. Nii ni ni. Och. 199 Euro. Nii ni ni. Hab ich mir nicht leicht gemacht, der Entscheidung? Ja komm weiter! Und es ist doch bald Weihnachten. Ja, und? Ich hätte da nur einen Wunsch. Darf ich mal auf deiner Matratze liegen? Oh. Nii ni ni. Da lachen ja die Hühner. Wie lange liege ich hier schon? Auf dieser domen Matratze. Komm rüber. Was ist das? Komm rüber jetzt. Du verrückter Kerl. Na komm. Und die andere Seite. Weicher. Nee, nee, nee. Doch. Hier, hör zu. Diese gottverdammte Werbung hat bei mir den gleichen Effekt wie die sped1.de Werbung. Boykott. Nee, nee, nee. Och. Hier, guck mal. Schreibt euch jemand. Das würde ja jedes Kind besser schauspielen. Das wollen wir ja mal sehen. Boah, hab mich mit der Uhr. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Abfahrt. Abfahrt. Oh, oh. Das ist wirklich besser. Nee, nee, nee. Doch. Die. Kerle, ey. Und zack, zack. Mitkommen. So, komm. Komm. Na, raus hier raus. Raus. Nee, nee, nee. Doch. Wir alle sind Matratze. Ja, komm weiter.